Und natürlich frische Hunde. Oh, da kommt gleich noch eine Welle. Auf mein Zeichen! Die Rune befiehlt. So, die Hunde haben wir. Bereit für den Kampf! Gebt das Zeichen! Boah, da kommen wieder so viele von den Feuertetzer in. Die Rune ruft. Das ist das, was mich da ein bisschen stört. Jawohl! Bereit für den Kampf! Einsatzbereit! Gebt das Zeichen! Wir sind bereit! Mann, ich hab sie gut aufgescheucht, muss ich sagen. Was wünscht ihr? Die Rune ruft. Zu Befehl. Auf dem Weg. Noch weiter zurück. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Vorsicht! Alles klar! Okay. Sie schlagen zu! Was wünscht die Rune? Für das Licht! Gebt das Zeichen! Erwarte Befehle. Erwarte euer Kommando. Und den Paladin haben wir auch schon verloren. Vorsicht! Sie sind hier! Bereit für den Kampf! Feindkontakt! Stehe bereit! Gebt das Zeichen! Jawohl! Okay. Bereit für den Kampf! Ihr habt gerufen auf eilenden Schwingen! Zu Befehl und verzüglich! Was wünscht die Rune? Dann versuchen wir jetzt mal, die da zu triggern. Also gut, so wie es aussieht, haben wir ihren Großangriff, also ihren Gegenschlag, ziemlich gut überlebt. Zurück mit euch! Verteidigt unsere Stadt! Auf meinem Befehl! Zur Ehre Aronius! Okay, die sind echt gut darin, für Mainz Reißen. Sind auf Feinde gestoßen! Sie sind überall! Ja! Sofort! Und los! Naja, du wirf deine Aura wieder an. Auf meinem Befehl! Vorwärts! Und dann gehen wir jetzt zum Angriff. Und los! Bringen wir es zu Ende! Mein Gereich wurde verletzt! Sie haben es auf uns abgesehen! Haltet durch, Männer! Also ja, man merkt, dieser H7 macht verdammt viel Schaden. Das ist, obwohl wir eigentlich ziemlich starken... Sind auf Feinde gestoßen! Mir nach! Jawohl! Aber im Großen und Ganzen kommen wir voran. Ja! Vorwärts! Wir müssen halt immer dran denken, wir sind nicht mehr in Order of Dawn. Und los! Order of Dawn war wirklich so gesehen... ...die, ähm... ...leichte Variante, sage ich jetzt einfach mal. Also das Leichteste. Und los! Mit Breath of Winter hat man ja schon gemerkt, dass es ein gutes Stück angezogen hat. Folgt mir! So, ist die Frage, wo müssen wir jetzt lang? Schnell! Mir nach! Vintenzerplatte. Uh! Vorwärts! Okay. Schnell! Ja, wir müssen hier lang. Und los! Erwarte euer Kommando! Hier! Sofort! Und los! Ich glaube, wir müssen jetzt die Festung eignen. Schnell! Weil dort das Tor weiter ist. Schnell! Dass das Portal weiter ist. Zum Angreif! Sofort! Schnell! Die Deckung! Für die Freiheit! Feindlicher Angriff! Schlag sie zurück! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Vorwärts! Schließt die Reihen! Vorwärts! Folgt mir! Vorwärts! Okay, da gibt's schon der Sturm. Schnell! Schnell! Für die Freiheit! Auf mein Kommando! Sie schlagen zu! Schlag sie zurück! Schlag sie zurück! Gib das Zeichen! Was auch immer der Schütze da gemacht hat. Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schlag sie zurück! Verstärkt die Deckung! Vorsicht! Sie sind hier! Und ja, man sieht die H7, die haben... Ja, schon ziemlich gut aufgebaut. Vorsicht! Sie sind hier! Die Ruhe war hoch! Schließt sie zurück! Da gehen noch mehr Hunde drauf. Vorsicht! Sie sind hier! Feindkontakt! Sind auf Feinde gestoßen! Sie ist hier! Sie sind hier! Wir holen wir die Zelte, damit der Sie aufkommt. Oh! Gebt das Zeichen! Zwei, eins. Zwei, eins. Zwei hiervon, ein hiervon. Ein hiervon. Bis jetzt hier halten sich die Verluste Arken grenzen. Wir sind bereit. Auf Eilenden schwingen. Das ist quasi ja gut, finde ich, muss ich sagen. Auf Eilenden schwingen. Auf mein Kommandantrag. Vorwärts. Sind auf Feinde gestoßen. Für die Freiheit. Ja, hier sind wir auf der Fall. Bereit für den Kopf. Marschbefehl. Bist mir da etwas zu nah an. Gib das Zeichen. Vorsicht, sie sind hier. Sind auf Feinde gestoßen. Schlagt sie zurück. So, heilen wir mal wieder. Vorsicht, sie sind hier. Schließt die Reihen. Und auch weiter vorne. Gott, ist das ein Chaos. Mein Treib wurde verletzt. Und wir haben den Held. Schließt die Reihen. Vorsicht, sie sind hier. Die Rune befehlt. Sie schlagen zu. Sind auf Feinde gestoßen. Oh, und hier ist das Portal. Das heißt, irgendwann geht hier auf. Sie sind überall. Wenn wir die H7 komplett besiegt haben. Sie schlagen zu. Auf mein Zeichen. Für die Freiheit. Auf mein Zeichen. In die Schlacht. Verstärkt die Verteidigung. Okay, und da haben wir wohl den Anführer der H7 hier. Sind auf Feinde gestoßen. Jawohl. Alles klar. Erwarte euer Kommando. Feindkontakt. So, das war der vorletzte Spawner. Nein, hier ist noch einer. Also zwei Spawner, ne? Auf meinem Befehl. Vorwärts. So, hier sind noch ein paar wenige H7. Und dann haben wir es geschafft eigentlich. Best Buch wurde aktualisiert. Oh, Stufenaufsprich. Ja, reist weiter nach Empyra. Die Feinde sind vernichtet. Das Portal ist aktiv. Ne, wir machen jetzt erstmal Kriegskunst weiter. Und zwar leichte Rüstungen. Wobei wir hätten kleine Klingenbuffen immer weiter machen sollen. Dass wir das mal auf 10 hier haben. Also noch die nächsten zwei Level. Geschicklichkeit und Wendigkeit. Ja. Ja. Auf meinem Befehl. Folgt mir. Gut, da ist offen. Bleibt standhaft. Bereit für den Kampf. Sie schlagen zu. Hier. Sofort. So. Das war der Kampf um die Onyx-Bucht. Hehe. Keine Gegner mehr, die was hinterlassen. Das heißt, wir können mit Urias weiterreisen nach Empyria. Stahlkappenhusen, eine Sturmklinge. Oh. Und mal wieder eine leuchtende Truhe. Stahlkappen. Wirbelwind. Assassinenbogen. Geweihtes Kopftuch. Genau, ich ziehe das geweihte Kopftuch auf. Ne, ich habe einen besseren Bug. Ringmäßig irgendwas tolles. Felschenring. Ne, ich habe Aronius Ring und ich habe den Malachie. Oder? Malachie? Stärke aus der... Ja. Ja. Kann ich dich an irgendjemand anders geben? Könnte ich an ihn geben? that be feneinhas. -